Willkommen meine Sturmtruppler. Wir haben beim letzten Mal den Base-Bot erreicht und wir sind hier kräftig am Ausbau. Phasma ist auch schon wach und gucken wir mal wie die andere Sturmtruppler so erwachen werden. Dann machen wir mal so klein die Besprechung was wir halt vorhauen. Machen wir mal so. Ich habe keine Sturmtruppe, aber ich habe keine Sturmtruppe. Wen darf ich dann schon im Chat begrüßen? Skeletor, willkommen im Stream! Kapitän, fassen wir! Jawohl, mein Gott! Sind die Stummtruppler noch nicht erwacht? Nein, sie scheinen alle noch komatös zu schlafen. Es war mir unmöglich auch nur einen von ihnen zu erwecken. Kümmern Sie sich um ein Feuer, ich werde jagen. Hier war man da. Bestimmt läuft hier, ob irgendwas ekliges um was sterben muss. Ja. Wer hat? Ach, Gummutter! Glitzen! Oh, die wissen, was nur blöd. Erwischt! Boah! Wo geht's? Da springe ich nicht drinnen. Ah, L.J.S. und Captain Rex sind bald im Street. Kommen. Ja, die Jagd war erfolgreich. Ich werde ein weiteres Feuer benötigen. Die Jagd war sehr erfolgreich. Ich werde mich gleich darum kümmern, mein Bauch. Ich werde mich nicht drinnen. Ich werde mich noch nicht drinnen. Ich werde mich nicht drinnen. Ich werde mich drinnen. Ah, auch mal erwacht. Mein Imperator. Ich erwarte Ihre Befehle. Wir haben uns erst mal um Nahrung gekümmert. Stärken Sie sich. Zum Befehl, mein Imperator. Und was haben Sie die Baunotiz vorbereitet? Ich bin gerade noch dabei, mein Lord. Die alte Baunotiz können Sie dann getrost wegwerfen. So, ein Risiko. Noch einer, der aus dem Traumland erwacht. Guten Tag, Imperator. Auch Sie können sich erst mal am Feuer ein ordentliches, daftiges Fleisch zur Stärkung nehmen. Meine Jagd war sehr erfolgreich. Wir werden gleich eine kleine Sitzung beeinrufen, was heute so auf dem Plan steht. Das ist ziemlich roh. Hi. Hi. Haben Sie Ihre Stellung vergessen? Hi. Hier muss ein Sturmtruppler wieder gezüchtigt werden. Hi. Hi zum dunklen Ort. Mann, hat er das gehört? Hi. Hier noch irgendwo etwas, wo ich nicht wohne. So schön warm. Nein, wir haben kein Brot. Wir haben nur Fleisch. So. Was haben wir heute vor? Das ist so das Ding. Muss jetzt erst mal vorbereitet werden. Das benötigen Sie, um den großen Einblick hier zu minimieren. So. Ja. Hausma. Sind Sie fertig? Jawohl, mein Leut. Ich habe die Notiz jetzt fertig geschrieben. Die Notiz jetzt erstmal an den Bauernherrn. Sturmtruppler 361, ich habe hier zwei Notizen für Sie. Die Reihenfolge entspricht auch der Priorität. Dafür können Sie uns auch gleich die entsprechenden Ressourcen, die benötigt werden, nennen. Haben Sie sich Stärkung geholt am Feuer? Oder verstanden, Käpt'n. Gehen Sie an die Arbeit. Sturmtruppler FN 2188. Ja. Züchtige ihn bitte! Ja, ist schön, dass er das so schön schlafen tut. Imperator mit Hai begrüßt. Uuuuuhu! Uuuuh! Huuhuuh! Rell 850, Sie kümmern sich heute um die Sicherung des Aufganges. Huuhuuh! Huuhuh! Der steht aber schnell wieder auf. Sie sollten mehr Respekt zeigen, Sturmtruppler. Zur Strafe Abmarsch Holzfahnen. Wie oft hat er das schon durchgemacht, weil er so schnell wieder aufsteht? Das war ja nur eine Bestrafung. Der Bauherr hat mir jetzt gar nicht genannt, welche Ressourcen benötigt werden. Im Lager fehlt Holz. Das ist das einzige, wo ich bereits gesehen habe. Und werden mir mal da mithelfen. Sabotage-Agent, wir werden angegriffen. Dampen Kreaturen hier. Ich komme nicht weg, das verdammte Kanu. Ach komm. Du kannst nichts machen. Wieso kann das Ding hier nicht laufen? Gott, nein. Ich habe halt Angst mehr im Geschwärts, da ich eine Parade zu treffen. Gott, jetzt haben wir auf und vielleicht wieder. Ich habe einfach nur eine Parade zu quieren verlaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020